Gehst du mich jetzt oder was? Bruder, heute Zeit ist echt sehr schwer. Ich bin den ganzen Tag krisi. Aber lass gerne die Tage machen. Flipper, das war's. Du klaust Geld aus der Kasse, komm ständig zu spät und du tauchst fast nie zu deiner Schicht auf. Das ist absolut inakzeptabel. Du bist hier mit Frist losgekündigt. Pack deine Gottverdammten Sachen und verlass diesen verfickten Laden. Komm noch heute, deine Zugänge sind gesperrt. Es gibt auch nichts mehr zu reden, verpiss dich. Ja, sie sagt mir, du musst sicher sein. Such dir ne Ausbildung. Doch ich hab kaum ein was Schlimmeres gehört. Und ich weiß, sie macht sich Sorgen, wenn ich wieder raus bin. Und wenn mein Handy aus ist und wir trinken, 20 Bier. Ich hab keine Lust zu warten für nen Schwanz, den ich nicht mag. Ich bin lieber mittags draußen und betrink mich in nem Park. Ich bin für gar nichts zu gebrauchen. Deshalb steht Sorry auf meinem Arm. Und ich kann mein Glück nicht kaufen, weil ich gar kein Geld mehr hab. Ich hab kein Geld und kein Job. Und ich hab auch nicht kein Bock. Ich hab ein Herz, das pofft. Und blausen in mein Kopf. Und du beschwerst dich oft. Doch das geht an mir vorbei. Ich renn von keinem andern weg. Aus Sabier selbst und Polizei. Ja, sie sagt mir, du musst sicher sein. Such dir ne Ausbildung. Doch ich hab kaum ein was Schlimmeres gehört. Und ich weiß, sie macht sich Sorgen, wenn ich wieder raus bin. Und wenn mein Handy aus ist und wir trinken, 20 Bier. Ja, sie sagt mir, du musst sicher sein. Such dir ne Ausbildung. Doch ich hab kaum ein was Schlimmeres gehört. Und ich weiß, sie macht sich Sorgen, wenn ich wieder raus bin. Und wenn mein Handy aus ist und wir trinken, 20 Bier.